Heute den 8. November 2009, ich fahre nach Sinzig, ja und ihr begleitet mich heute als Liedermacher. Ich trete heute auf auf der Straße, besonders spannend, auch alleine, ohne Band. Naja, im Moment bin ich noch auf der Autobahn. Natürlich, dass ich die Spur halte, aber ihr seht, der Alltag eines Liedermachers ist verdammt gefährlich. Bei einem schönen Tönen und das ist so wichtig, dass die Straßen, die abgesperrt sind, obwohl das eigentlich so schön in der Fußgängerzone, Lomas Fußgängerzone ähnliches ist. Ich hatte auf Liedermacher gewartet. Ich hatte auf Liedermacher. Ich hatte auf Liedermacher. So mancher fragt sich stündlich, was ist Kunst und was ist Provokation? Gerade Männer sind groß darin, etwas Sinnloses als Großkunst zu tun. So mancher will die Zeit zurück, als wir noch in Höhlen wohnten, als Männer ihre Frauen noch mit Höhlenmalereien plomten. Heute leben wir in Betonpalästen mit medialer Überflutung, doch ein Uhrzeit-Tick blieb den Frauen neben ihrer Monatsblutung. Egal ob in der Küche, im Salon oder im Büro, jede Frau hat an einer Wand ein Bild von Jean Miro. Die Frauen und Miro Die Frauen und Miro Ob in der Küche oder im Büro, Miro, es ist einfach so. Die Frauen und Miro Wenn sie eigene Kinder haben, dann freuen sie sich an deren Werken. So sammeln sie in Sammelmappen, die Weltsicht aus Kindergärten. Kein Mann erkennt den Unterschied im Meer der leuchtenden Farben. Doch jede Frau muss an einer Wand ihren eigenen Miro-Druck haben. Die Frauen und Miro Die Frauen und Miro Ob in der Küche oder im Büro, Miro, es ist einfach so. Die Frauen und Miro Die Frauen und Miro Ob in der Küche oder im Büro, Miro, es ist einfach so. Die Frauen und Miro Die Frauen und Miro Ob in der Küche oder im Büro, Miro, es ist einfach so. Dankeschön. Ich hatte nicht damit gerechnet Es war unaufdringlich und schief freundlich Und hatten mein Leben vorgerechnet Mir war das alles furchtbar peinlich Ich hatte mich zu Trinkheit gestellt Außer die war nicht zu knabbern da Denn so oft fehlte mir das Geld Das sagte, das habe ich sich auch anders vorgestellt Bei meiner Lebensplanung sei das nicht verwunderlich Ich bräuchte endlich einmal klare Strukturen Und ich dachte, mein Gott, wie spieß ich Das Schicksal ist kleinbürgerlich und schnell und schneller ist dich Das Schicksal ist kleinbürgerlich und schnell und schneller ist dich Das Schicksal ist kleinbürgerlich und schnell und schneller ist dich Das Schicksal ist kleinbürgerlich und schnell und schneller ist dich Wo bleibt das Ideal? Es schaute mich nur lakonisch an und sagte Als endlich sei das alles nichtig und egal Es zeichnete meine kurze Lebenskurve auf Und so kamen wir gemeinsam zu dem Schluss Dass alles, was lebt und sich bewegt Am Ende von irgendetwas leben muss, es muss Das Schicksal ist kleinbürgerlich und schnell und schneller ist dich Das Schicksal ist kleinbürgerlich und schnell und schneller ist dich Also keine Illusionen mehr Musst es auch schon wieder weiter Nö, ist ja heute auch verkaufsaufender Sonntag So lange kann ich ja noch nicht hier stehen bleiben Das ist ja alles Zeit, die verloren geht Okay Es wollte mir noch eine Heizdecke verkaufen Doch als ich diese ausschlug, blieb es heiter Es drückte mich noch einmal Schaute mich müde an Und ließ mich ohne jede Hoffnung stehen Als ich merkte, ich hatte einen Darmrasierer in der Hand Konnt' ich's nur noch von Weitem sehen Wir träumen immer noch von einer Zukunft ohne Land Und schauen wir aus dem Fenster sind wieder Suchen manchmal Leit Außer vielleicht hier in Sinzig Da schaut man aus dem Fenster und sagt Ja, wir haben alles, was man braucht Ein Liedermacher-Festival am Sonntag Und Marco Isermann in der Fußgängerzone Völlig für umsonst Aber sonst Wir träumen immer noch von einer Zukunft ohne Land Und schauen wir aus dem Fenster sind wieder Suchen manchmal Land Das Schicksal ist der Nachbar nebenan Er beschwert sich höchstens über den Nahrung Schicksal ist die Frau vom Wurststand Und sie drückt das Fleisch in das Geld ab Das Schicksal ist kleinbürgerlich Und schnell, und schnell hat es dich Das Schicksal ist kleinbürgerlich Und schnell, und schnell hat es dich Vielen Dank Das ist Anne Bischoff Anne, wie gefällt es dir hier in Sinzig? Ja, super Sehr schön Ich habe gehört, du hast eben mit dem Niedermacher Marc Wiesermann auftreten dürfen auf einer Bühne Ich bin so in der Bühne Ich hätte meinen König, ich wäre mein erstes Mal gewesen Ja, man kann sie immer noch ansprechen Das ist ja nicht so wie bei den anderen Niedermachern hier Aber Anne Bischoff, die redet mit ein Ich bin zu klein, ich bin die Kamera Ist mir auch auf Nein, du bist drin, ich bin nicht drin Ja, du bist nicht drin Ja, das ist ja geflückt Oh, komm, wir haben was für die Ewigkeit Ja, genau Überrasch dich jetzt mal, komm mal mit, Anne Komm mal mit Okay Das ist für zu Hause Das ist auch noch Jahre später Und wir stehen sogar untereinander Also ich stehe sogar unter dir Also ich meine, das ist ja doch irgendwie, ne? Gerecht Ja Du singst über die Brüderigkeiten des Lebens Und das ist so tiefsinnig, was bei dir steht Ja, deswegen kommt ja keiner Der will schon Tiefsinn haben, die Musik Ja, wir müssen gucken, wer bei BalduMC kommt Der braucht gar keinen Text, der ist einfach da Ja, wir dürfen nicht mehr spielen, weil jetzt so eine Blockföten-Kombo unseren Platz geklaut hat Na gut, dann räumen wir zusammen, würde ich sagen Ja